Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spalforce, Wrath of Winter. Ah ja, wir haben unsere Bevölkerung in der letzten Aufnahmesession noch erhöht. Ist gut. Und da kommt schon wieder eine Chaos-Klinge angewatschelt. Und da unten kommt auch schon wieder ein neuer Angriff. Hier bin ich! Ah, der Krieger da, der wird das nicht lange überstehen. Aber es kommt nicht nur eine Chaos-Klinge, es kommt auch noch andere Viehzeugs. Ah, noch mehr Verteidiger? Bereit! In die Schlacht! Die Indien müssen halten! So, da kommt der Angriff hier. Das ist ein Hinterhalt! Lasst sie nur kommen! Lasst sie nur kommen! Na, noch sieht es nach keinen Verlusten für uns aus. Meine Axt wartet schon! Okay, ein Krieger haben wir verloren. Oha! Kommt nur her! Ohren Krieger zu mir! Zwei Krieger haben wir verloren. Wer ruft mich? Okay, wir haben vier Krieger verloren. Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Zu allem entschlossen! Vorwärts, Zwerge! Ja! Kampf mit festem Schritt voraus! Auf mein Zeichen! Okay. Mir nach! Nur zu! Auf mein Kommando! Nur zu! Auf geht's! Geht es los? Marschieren los! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Hier bin ich! Ja. Dass ihr die Zeh, die hier verteidigen müssen, mit meinem Avatar. Ja! Zur Seite! Das erste jedenfalls. Kampf mit festem Schritt voraus! Jetzt zieht euch mal wieder hierher zurück. Hier bin ich! Wo ist der Feind? Zu allem entschlossen! Und dann nehmen wir unseren Titan. Ich höre! Zur Seite! Ja, da kommt schon wieder Zeugs. Hier bin ich! Und ja, für den Augenblick habe ich mir überlegt, bis ich mich richtig entschieden habe, also wir das nächste Level abhaben. Äh. Nehme ich doch besser eine Zweihandwaffe. Bleib vielleicht auch bei Zweihandwaffen. Kampf mit festem Schritt voraus! Dann haltet Männer! Geht es los? So, und die Krieger sind ersetzt. Ich werde wahrscheinlich noch fünf Verteidiger hier hin und fünf Verteidiger unten hin packen. Sobald wir die Nahrung dazu haben. Ja, da müssen wir gucken, wie wir zu Uram durchkommen. Also, Eisen sollte kein Problem sein. Mondsilber hättest du hier auch noch genug. Ihr werdet wahrscheinlich gerade keine Arbeit mehr haben, genau. Kampfbereit! Wo ist der Feind? Marsch los! Meine Axt wartet schon! Auf mein Zeichen! Mir nach! Ja, Formationen. Die putzen irgendwie nicht so wirklich. Deswegen brauchen wir sie auch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Ich habe hier aber zum Glück eine ziemlich große Nahrungsproduktion angeworfen. Und da kommen sie schon wieder. Also, ja, ein Level ab muss ich hier schaffen. Damit ich bessere Runen nutzen kann. Aber ansonsten... Ja. Einfach das Beste hoffen. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Nie teils wird mich rächen! Zu allem entschlossen! Mehr davon! Los! Lasst sie nur kommen! Wer ruft mich? Meine Axt wartet schon! Die Ahnen rufen uns! Geht es los? Lasst sie nur kommen! Geht es los? Kommt nur her! So, einen Krieger als Ersatz. Dann das auf 50 erhöhen. Und dann brauchen wir Verteidiger. Ich höre aus dem Bild! Geht es los? Mit festem Schritt voraus! Wer ruft mich? Meine Axt wartet schon! Gut. Verteidiger werden ausgebildet. Oh, da kommt... Die gönnen uns gerade keine Pause, ey. Weil wir werden die Angriffe auch immer größer. Ja! Geht es los? Mit festem Schritt voraus! Ihr bin euch der Feind! Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Meine Axt wartet schon! Endlich wieder kämpfen! Zu allem entschlossen! Kampfbereit! Okay, genau den Zwerg, den es treffen soll, trifft es nicht. Zu allem entschlossen! Das ist euer letzter Fehler! Das ist eine Falle! Oh! Wird es denn hier oben auch schon mehr? Nein, noch nicht. Okay. Kommt nur her! Wieder ein Krieger verloren, neuer Verteidiger... Das ist euer letzter Fehler! Was ist deine Falle? Kampfbereit! Wo ist der Feind? Ich höre! Ich höre! Aus dem Wind! Meine Axt wartet schon! Geht es los? Marschieren los! Mit festem Schritt voraus! Zu allem entschlossen! Krieger? Meine Axt wartet schon! Zu allem entschlossen! Geht es los? Mit festem Schritt voraus! Hier bin ich! Vorwärts, Zwerge! Gut. Meine Axt wartet schon! Geht es los? Nur zu! Wo ist der Feind? Wer ruft mich? Zu allem entschlossen! Okay, das hier loswerden wird ein Spaß. Vor allem mit den Todesbooten. Dann haltet Männer! Das ist ein Hinterhalt! Okay, neue Gegner! Vorsicht! Gegner! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! 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 Kampfbereit! Ein paar Schläge von euch! Was ist deine Falle? Sollten die Verteidiger abkönnen! Aria-Band! Eishut! Die Ahnen rufen uns! Oh, und da ist der Aronir-Stein. So, jetzt den Skelett-Plünderer noch schnell plündern. Meine Armee sieht langsam wieder gesund aus. Es kommen gerade keine Angriffe. Aber nette neue Zauber, hm? Auer der Heilung habe ich bereits. Den da nehme ich gern noch auf. Ich müsste weiße Magie langsam mal auf 5 bringen, damit ich den Zauber wirken kann. Aua! 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 Aua!